Hallöchen! Hopiochen! Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Cult of the Lamp. Freunde ich muss gestehen, es ist eine Ewigkeit her. Kein Scheiß, eine Ewigkeit wo ich das Spiel gespielt habe. Ich bin mir nicht sicher wie genau das weitergeht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie es war, bin ich ehrlich. Es ist einfach auch zu lange her. Es ist einfach zu lange her wo ich das gespielt habe. Ich kann Sachen verkaufen. Ich kann die Sachen bauen. Es ist zu lange her. Ich schwöre euch es ist legitim. Es ist zu lange her. Wie haut man denn noch mal? Hier vielleicht einfach gar nicht. Wir haben jetzt ein paar Spinnen gefangen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich schwöre euch einfach, ich habe keine Ahnung mehr. Es ist einfach zu lange her wo ich das gespielt habe. Wir müssen uns jetzt ein bisschen rein fuchsen. Wir sind bei Tag 17. Ich weiß hier oben geht es uns weiter. Ich weiß noch nicht, war das jetzt der Neue? War das der Neue? Ich glaube das ist der Neue. Wir sind hier los. Ja, ich kann leckere Griecher in der Nähe riechen. Ich bleibe wo ich bin. Es gibt genug für dich und auch genug für mich. Lass deinen Anhänger nicht durch die Gegend streuen. Man kann nie wissen wer in der Nähe Hunger hat. Die kann ich nicht fangen. Okay. Ja, lass mal einfach reingehen. Ich weiß nicht mehr wo, was war und so und wir müssen erst mal einfach starten. Ja. Möchte ich den auch noch mitnehmen? Möchte ich den auch noch. Ja, ja. Ich weiß es nicht mehr. Es ist irre, wenn man das irgendwie... Ich habe es jetzt zwei Monate nicht gespielt oder so. Weil einfach so viel anderer Stuff rauskam und ich keine Zeit hatte, was zu machen. Entschuldigung. Er hatte einfach keine Zeit. Und ich wollte jetzt auch erstmal Dave the Diver beenden und ich habe eins nach dem anderen jetzt erstmal schön gemütlich fertig gemacht. Und ich klopke mich jetzt so durch, dass ich wirklich alles fertig kriege. Erwärmliche, unterwürfige und abscheuliche Marionette der roten Krone. Du hast den jüngsten von uns niedergestreckt. Wir sind die Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen vor Ketzereien wie den deinen. Wir sind die Hüter der wahren Worte und wir werden eine solche Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig und dafür müssen deine loyalen Anhänger leiden. Wo bin ich? Sterzig! Handführer! Was hast du mit Sterzig gemacht? Was ist mit Sterzig passiert, Freundchen? Ich werde sauer. Ich muss mich da echt rein fuchsen, Alter ist das irre. Aber es macht Bock. Es macht schon Bock. Das sehe ich jetzt schon. Lebensenergie haben wir schon. Hier käme schon der Endboss. Wir hätten da oben noch einen Level nicht gemacht. Einen Raum. Egal. Einer. Ähm. Der Händler ist immer gut. Ah, mein Anhänger. Ich mache das Anhänger. Siegel des Bischofs. Halte für eine kurze Dauer die Zeit an. Ich mache keinen aus allen Redikten. Fertigen Haare und Nägel oder Schwänze. Ja, okay. Wir können irgendwie kurz die Zeit anhalten. Ich weiß zwar noch nicht wie. LB. Okay. ... Mit dem Scheiß. Ja, dann nehmen wir lieber den Tentakel mit. Ja, das macht es ja schon mal besser. Ah, da muss man die Reihenfolge töten, ja? Ich verstehe. Ich getroffen, weil ich nicht die richtige... Mann, ich muss noch einen Schluck trinken. Prost. Er hat mir glaubst du an das Schicksal der Karten. Reduziert sich die Lebensenergie auf einen halben Balken, wird ein Gegner zwei Schaden zugefüllt. Ja, das nehmen wir. Ich möchte gerne Leben haben. Wir bekommen Leben, wenn wir Gegner bekämpfen. Wenn wir den töten, könnte es sein, dass wir Leben kriegen. Ja, dann sind wir. Oh Ab in meinen Zirkel, kann ich mich da draufsetzen? Ähm Aber ich nehm das Holz mit So Das haben wir jetzt durchgespielt, durchgeschafft Alle Ungläubigen geläutert Ich weiß nicht mehr, wofür man das brauchte Das war zum Verbessern Erntetotem Boah, Alter, ey Ich hab's einfach wirklich zu lange nicht mehr gespielt, ne Ich, äh, merk's gerade Einfache Dekoration Ropferstatue Reichtstuhl Reinigungsposten Den wollte ich haben Erinnere mich dran Erinnere mich C Äh, oh ja, das war's. Ohne. Können wir leider nicht verbessern. Äh, na, war nett mit euch. Was ist mit dir? Hat er, sterzig. Gedanken lesen. Äh, kränklich. Die Heilung verläuft um 15% schlechter. Ich brauche etwas zu essen. Also, ich muss auch irgendwo kochen, ne? Wie war denn das nochmal? Hier. Ähm, genau. Bärenmahlzeit. Naja, das können wir alles nicht. Die können ihre eigene Kacke essen, ne? Das ist auch so eklig. Das ist auch so eklig. Die hatten alle Hunger. Macht ihr jetzt hier automatisch wieder? Oder muss ich die ernten? Wie war das? Was ist los? Ich spüre meine Knochen knirchen und meine Sehkraft schwinden, aber mein Herz denkt im Wissen, dass ich mein Leben in deinem Dienst verbracht habe. Oh, mächtiges Lamm. Boah, Sterzig wird voll alt. Musste ich das alles machen? Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ja, da stand doch auch die Sauberkeit und so, ne? Da oben in der Ecke. Musste ich nur abernten? Ich bin mir absolut nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr, wie man Dünger hat. Es ging doch irgendwie auch mit Dünger und so und hier. ich bin mir nicht mehr sicher ich muss mir tatsächlich einfach erstmal letzte meine letzten zwei folgen selber anschauen damit ich weiß was ich gemacht habe dann werden mal zeiten kannst du jetzt nicht mehr hapern der bruder arbeitet jetzt erstmal ordentlich was musste ich tatsächlich alles selber machen halt einer hat hier irgendwo hingeschissen ich weiß nicht wofür die leiste da oben war ich wollte es einfach nicht mehr da haben wir unseren neuen anhänger wir haben wir denn noch nicht und ich glaube montag haben wir noch nicht wir haben so wie baut man denn noch mal mein glauben ist schwach oder sowas ich fahre das noch mal na da könnte man diese bretter draus machen die besorgen jetzt hier einfach erstmal zeug irgendwie muss ich meinen glauben hochkriegen wir sind bei tag 19 ich glaube wir haben heute schon oder wir sind bei tag 19 lang ist der glauben da oben sehr niedrig ich weiß nicht wie ich den hochkriege ich muss überlegen ich muss echt überlegen es ist einfach weirder scheiß da ich es nicht mehr weiß das ist einfach Warum kann ich das nicht bauen? Benötigt einen Schlafsack, das heißt wir müssen jetzt hier noch einen Schlafsack Jetzt können wir aus dem Schlafsack ein Häuschen machen, so war's Dankeschön Ich weiß nicht mehr, wie man diese göttliche Inspiration bekommt, das ist mir ein Rätsel Irgendwie habe ich jetzt den Glauben auch wieder erhöht Alle gehen schlafen Nur der Merko nicht Ich habe doch noch irgendwie so einen Platz oder sowas Warum ist das jetzt aufgebraucht gewesen, weiß das einer? Ich lager hier Dünger ein Ein verantwortlicher Wirtschaft Ein Aninger zeigt Holz ich überlege die ganze zeit was die punkte da oben sind aber keine ahnung mehr keine ahnung oh eins ist verkurkelt ich einfach dumm gedrückt habe so dann gehen wir jetzt erstmal hier rein mach der fromme hört die ausgangsstufe von waffen wenn du mit einem neuen kreuzzug beginnst man die waffen sind gefährliche geister aus den toten die wieder sache in der nähe angreifen das ist auch geil ne ich kann immer hilfe gebrauchen feuer grube entfache die feuer und lasse uns bis tief in die nacht tanzen es gibt auf jeden fall viel glauben und dann arbeiten einen tag lang nicht unterhalten 80 glauben ja dann lass uns das doch einfach mal machen ihr habt heute einfach mal allen tag frei einfach mal allen tag frei das hat euch gegönnt das hat euch gegönnt das hat nicht zu viel ich gehe warte mal da unten konnte man irgendwie konnte man hier nochmal konnte man angeln oder so ne da unten ich kann ja ich bin ich bin haha das ding jetzt eben leer und fertig ah, der will aber kämpfen, hm? merkst du ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Schokolade, ne, bin ich ganz ehrlich so, und dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt gleich wieder eine Runde fighten gehen dass wir nochmal fertig werden hier mit dem Game ich bin so So. So, bis sogar. Ich gehe jetzt zurück zu meinem Dorf. Und ab nach oben. Papa, Platte und Nu sind jetzt befreundet. Ja, moin. Ja, was willst du haben? Neh mich. Neh mich. Oh, shit. Ah, ja. So, Knochen brauchen wir ja, sonst hätten wir nämlich nicht Test mal von gerade machen können. Bitte tut uns nichts, wir sind einfache Anhänger, die sich an einem unbekannten Ort verlaufen haben. Die große Soso hat uns geschickt, um mehr von seinen geliebten Gehirnwäsche-Pilzen zu finden. Er interessiert sich nur für Pilze. Er wird immer wahnsinniger. Aber als wir hierher kamen, wurde uns bewusst, dass wir nicht wissen, wie man Pilz findet und wie wir haben. Jetzt haben wir ja zu viel Angst, sie mit leeren Händen zurückzukehren. Wenn du ihm die Pilze bringen würdest, würde er dich sicher belohnen. Du findest ihn bei der Sporengrotte. Aha, Sporengrotte. Wie kriege ich die Pilze? Wow, wow. Ich brauche dir die Pilze, es tut mir leid. Warte, jetzt schon wieder. Ja, Affen. Fünf Zacken eines Pentagramms, fünf Zeichen des Untergangs vorab. Fünf Geschwister, Seite an Seite, fünf Götter und ein Grab. Schamura, wir wollten dich nicht stören, aber Schamura, die rote Krone wird jeden Tag stärker. Sie war sogar bereits schon erfolgreich, wo er zuvor gescheitert ist. Lächel wurde niedergestreckt. Schamura. Fünf werden zu vier, werden zu drei, werden zu zwei, werden zu einem und der wird, nee, das wird nichts. Schamura, ruhe dich aus, wir erledigen das, werden wir doch, oder Kalama? Ja, Schwester, natürlich, Schwester. Du da, gefällst du der roten Krone, knie mir, knie vor mir nieder, oder du wirst es bereuen. Du wirst knien, ich zwing dich dazu. Zwing mich doch. Zwing mich doch, du kleines Ahnloch, ich werde nicht knien. Start an. Werde größer. Da ist ja eigentlich egal, wo wir jetzt hingehen. Ich mache ganz kurz einen Cut, ich gehe mal eben nach meinem Essen gucken. So, Essen ist fertig. Das ist nur noch auf. Mel und Jule warten. Wer damit. Nur Lappen. Die hat einen Scheiß weggenommen. Ich weiß noch mal nicht, ob ich hier alles kaputt machen muss. Krieg mir da kaputt. Mann. Ich weiß nicht, ob ich nicht ausweichen konnte. aha ein relikt bestie ich sehe schimmach hält sich noch hält sich noch am leben aber schöpfung zeug zerstörung wie es die natur verlangt ausgebrütet wurde mir im schoß der letzten ersten götter um göttliche instrumente zu gewähren und sie doch nie selbst zu nutzen die es wie es die natur verlangt ein ort ich spüre die dunkelheit etwas von mir jetzt im bauch eines großen biests und durch diesen dessen knochen gelächter suche diese relikt an diesem ort dadurch aufladen verstärkt werden kann ich weiß nicht mehr was gut war ich glaube die angst war schrott ich bin mir nicht sicher naja dankeschön wir probieren es aus bis zum nächsten mal vielleicht ganz viel gras ich bin mir gar nicht sicher wir haben so viel gras ich glaube für möglich für das den schlafer kann was gebraucht hallo jetzt keine pünste ein haufen kürbisse an uhr die kreuzion ja hier mit deinem scheiß an und schloppe ich dich auch noch mal kaputt hey dass sie nicht treffen ich muss gucken, weil ich Leben wieder kriege ach man deswegen war sie scheiße, ich erinnere mich dran weil man nicht drehen konnte ein halber Herz kommt in das Kanister ich brauche den neuen Herzkanister also weiter damit nehme ich das also wir können uns mit RT nach hause teleportieren bevor es zu spät wäre ja jetzt ist es gleich zu spät weil ich die ganze Zeit irgendwie getroffen werde ich sage ja, das war das Problem an dem Ding das hat irgendwie nie ganz geklappt ich gebe nicht auf so schnell kriegst du mich nicht platt da sah ich doch ich gebe nicht auf ey, ich habe den doch getroffen Aua, was trifft mich denn da ach man, Oro, wieder ein Leben verloren das war so viel Fleisch für meine, für meine Kru das war so�면 ich gebe es zu spät 아무 wie er war und Ich halte nur was aus, huh? Ob beim Endboss jetzt nicht mehr getroffen werden, das wird wahrscheinlich jetzt sehr unwahrscheinlich, also, wahr? Alles abtrünnige, ein typischer Panzerhandschuh. Ne, dann lieber der. Achso, da geht es gar nicht lang. Ah, wenn wir jetzt nicht was zum Leben finden, dann wird es schwer. Ich glaube, da ist schon Endboss. Laut Zeichen. Oh, Alter. Vor dem Kopf gematscht. Oh, lieber weg. Lieber die Sachen mit dem wir haben guten Stuff bekommen, glaube ich, ne? Oh, Knolli hat sich abgewendet. Oha. Oha. Okay. Ich möchte weg. Schnell. Nimm alles mit. Oh nein, es gibt überall einen Abzug. Aber nicht viel. Ist okay. Das war zu knapp. Die Waffe war schrott. So. Knolli. Du. Entsperren. Abmarsch. 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 irgendwas haben wir doch bekommen, warte mal äh, hä? das ist auch nicht das, was ich machen wollte ja, was haben wir doch warum kann ich denn jetzt nicht mehr dieses x drücken, um mich hochzupuschen? geht irgendwie nicht mehr ob wir brauchen mal Blumen, weiß ich nicht mehr das ist ja auch irgendwas wichtiges ich glaube, Nu hat irgendwas ich bin zu alt und zu schwach, große Anführer, wir bleiben nur noch ein paar Tage muss ich da neue Charaktere besorgen, oder was? inspirierend so, wir haben ein göttliches Ding wir wollten den Reinigungsposten haben Dankeschön so, dann haben wir doch jetzt gesagt, wir wollen einen Reinigungsposten dafür brauchen wir 6 Barren die haben wir noch nicht 6 Barren 1, 2, 3, 4, 5 geht erst 5 kann ich die auch selber machen? ne na, er macht das jetzt, ok manchmal ist das merkwürdig ich bin halt ein bisschen schockiert darüber, dass die sterben weil ich ja gar nicht so schnell neue Anhänger kriege oder? 1 Schatten oder? 1 Schatten Tja leider noch 1 Was ist mit so einem Stein Ding? 30 Münzen Ne, ne, ich will helfen Ich will mitbauen Eigentlich könnten wir Ich weiß nicht, was diese Steine da oben links sind Ich weiß es einfach nicht mehr Eigentlich könnten wir direkt einen neuen Run starten Aber ich mache hier einen kleinen Cut Lasst mir ein bisschen Liebe da Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Tschüss Bis zum nächsten Mal